ok 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 ja pecklock ist wieder mal bei erster ja mein team hast ja schon gesehen das ganze schon wieder ausschließt sehen wir und obwohl jetzt wieder gut dann ich bin nicht schlecht wie viel pace kann ein spieler haben wie viel pace endlich läuft man ein bisschen bar und sie können klären zwei männis der ja perfekt ich habe mir die ja man die die arm um war 8 der spiel 3 3 in der defensive vor welchem team geht der jetzt also nicht von meiner reden da klappt ja wieder gar nichts ich weiß warum noch sehr offensiv einstellen man kennt ihn so jetzt wir spielen das wiener wüschen da war noch einer dran das war wohl nicht so schlau ach ist das wer diese die 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 schnelle ist der balanci oder das ach diga klasse dieser wolle tolle schusstechnik am ende knapp die gehen dazwischen diga ob er sich schlimmer verletzt hat es wird zumindest ja einfach verletzt diga ohne probleme der ball zurück musa musa k haben sie die große chance zu führung ja gelbe kann man mal mitnehmen der den elfer er nicht dieses spielst du hast du bist gefühlt genau genau wie richtiger mal schön wenn man nicht so ein zweiter gegen den mann spielt und jetzt werde ich komplett weg ist wettet ich weiß es jetzt schon die führung jetzt bei dieser ecke ecke kommt rein und da ist es eine stelle bei dieser ecke jetzt schnell geht damit gefährlich aktion läuft weiter nach wie vor gefährlich das gibt es doch nicht däger däger leon bailey die grätschen digga die habe ich erfunden es hat gelektiger das ist so unfair es hat einfach komplett alles geleckt bei mir hä was was eigentor es hat geleckt bei mir digga auf dem flügel hätte werner jetzt platz er fasst sich ein herz und versuchts aber das war zu bei weg schön diesen pass abgefangen da können sie kontern ach digga so ein schmutz digga aber das war dann doch nix auf außen ist platz für werner bam digga digga bei diesem pass gibt ein wohn das muss er besser machen und jetzt ist der ball geklärt backpass digga nochmals aufbauen digga flanke der aufgebaute hose na 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 ja gut ein verteidiger ja kann man machen es geht weiter die zweite hälfte wurde angepüfft okay das ist ein bisschen oh ne digga oh ne oh ne digga das sieht vielversprechend aus letztes Mal ja gib mir eine rote digga gib mir eine rote von mir raus digga ne rote karte sonst wäre sie durch gewesen das war sie die klassische Notbrennen ja und nochmals ein verteidiger digga nein digga oh er traut sich aus dieser Entfernung fast ein Treffer ja digga wie er einfach allein da hinten steht digga aber komplett alleine schluck ach digga scheiß da auf digga ach digga digga jetzt bin ich auseinander gebrochen digga jetzt bin ich auseinander gebrochen es wurde auf mich geschossen keine Stücke sind abgebrochen jetzt bin ich komplett auseinander gebrochen und vorne steht jemand dann musst du warten mit dem Pass das werden sie auch so analysieren das war keine gute Aktion weiter mit dem Ball tolle Szene digga die passen aber auch nie richtig digga wirklich was den Ballbesitz angeht haben die Gastgeber Vorteile und sie wirken sehr zielstrebig kommen gut vor das Tor kommen gefährlich vor das Tor und rausgekommen ist die Führung die verdiente Führung ja dabei liegen sie ja schon hinten und jetzt könnte das ganze noch schlimmer werden dann ist das Spiel vorbei also das sind das auch für scheiß grätschen der ich will doch niemanden verletzen oder töten das ist schon sehr bodenlos das ist schon sehr sehr bodenlos wollte ich zudem passen nein die spielen wohl team kelling der da machte eine zeit vollzieher auch dieser ziele aber er war nicht was sind bei der bvb machen sie konsequenter habe ich das jetzt klar da kommen sie nicht durch wichtiger befreiungsschlag ein harter zweikampf aber alles wer ich kann nicht mal mehr rennen mit den die haben ja gar kein pace mehr ich habe alles verbraucht so das war nix die szene sollten sie jetzt am besten ganz schnell vergessen sehe ich auch so das war eine verschenkte chance die chance hier klasse parade aber weiterhin gefährlich fans können erstmal durchatmen die ja gefährlich immer doch und das ist natürlich stark ach ich darf wieder hochspiel eine einseitige angelegenheit das drückt auch das ergebnis aus jetzt nehmen noch zwölf minuten perfekt also in gaming und wieder hat keine ahnung einseitige nummer sie liegen ganz klar vorne ja mir fehlen die spiele auf dem platz ganz einfach ja daj pamecano weil jetzt bei ricardo pereira daja das sieht vielversprechend aus klage jetzt weil kann gut aber erstmal ist die gefahr bereinigt ja ah ach genau hell hallo doch noch den ball erobert sie bekommen den ball nicht aus rodrigo anspieler auf was mal und dieses ball hat er sicher kommt auch nicht da anseger und auch nicht an kommt auch nicht da und auch nicht da und das kommt auch nicht daran zufrieden sein so was müssen sie rein machen sehr gut aufgefahren man es ist toll mein team perfekt das gefühlst du dich geht es hier weiter ja ja so ja 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 Wechsle doch mal. Untertitelung des ZDF, 2020